Vergiss Bitcoin, das könnte die Möglichkeit sein, wie du viel Geld verdienen kannst. Der neue Hype im Netz, reich werden mit NFTs und genau darüber sprechen wir in diesem Video. Was genau NFTs sind, wie funktionieren sie und am Ende des Videos wirst du hoffentlich mehr darüber verstehen und dadurch Geld verdienen können. Und bevor wir darüber sprechen, freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, den Kanal abonnierst, falls du es noch nicht getan hast und auf die Glocke klickst, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video erscheint. Ein kurzer Disclaimer, ich bin kein Finanzberater und du solltest immer selbst recherchieren und deine eigenen finanziellen Entscheidungen treffen und nicht auf Leute auf YouTube hören. Recherchiere immer selbst. Ebenfalls möchte ich dir eine Warnung mitgeben, es kommen immer mehr Scammer, die meinen Namen und mein Profilbild in den Kommentaren nutzen. Pass einfach auf. So wurde beispielsweise ein Video vom Basketballspieler LeBron James für über 200.000 Dollar verkauft. Das Interessante ist, dass es sich bei den NFTs um digitale Vermögenswerte handelt. Du kannst es dir so vorstellen, wie früher Münzen sammeln oder Briefmarken. Doch NFTs sind einfach nur eine JPEG-Datei oder ein GIF oder ein Video auf einem Bildschirm. Und NFTs, die auch Non-Fungible Tokens genannt werden, sind auf der Blockchain-Technologie basierende virtuelle Güter, die einmalig und im Gegensatz etwa zu Bitcoins nicht austauschbar sind. Jack Dorsey versteigerte sogar eine digitale Kopie seines ersten Tweets vom 21. März 2006. Ich richte nur meinen Twitter ein. Der Tweet von Jack Dorsey wurde für 2,9 Millionen Dollar verkauft. Letztlich verfügen die NFTs über ein limitiertes Angebot und sie sind digitale Vermögenswerte, die limitiert sind. Genauso wie Bitcoin. Bitcoin ist unter anderem so stark am steigen, weil es nur 21 Millionen Stück davon gibt. Und Mark Cuban meinte vor einiger Zeit, dass er lieber Bananen hätte als Bitcoin, da sie nützlicher wären. Und jetzt investiert er über ein anderes Unternehmen in Kryptowährungen bzw. Bitcoin. Doch wie passen jetzt NFTs in die Blockchain in das Universum der Kryptowährungen? Einfach dargestellt ist die Blockchain eine Art Datenbank, die sich aus Blöcken zusammensetzt, die wie Perlen auf einer Kette aneinandergereiht sind. Dabei enthält jeder Block zum einen die eigentlichen Daten, die darin gespeichert werden wollen, und zum anderen einen eindeutigen Hashwert, der sicherstellt, dass der Dateninhalt unverändert ist. Und neben dem eigenen Hashwert kennt jeder Block auf der Chain den Hashwert des Vorgängerblocks. Auf diese Weise authentifiziert sich die Blockchain in einer Art Kettenreaktion selbst. Eine Manipulation einzelner Hashwerte auf der Kette würde dazu führen, dass die Kette unterbrochen wird. Auf diese Weise sind die Daten in der Blockchain im Vergleich zu gewöhnlichen zentralisierten Datenbanken sicherer vor Manipulation. Und genau diesen Aspekt nutzen die NFTs. Was sind jetzt NFTs? NFTs sind nicht wie andere Kryptowährungen austauschbar. Bei anderen Kryptowährungen ist es egal, welchen konkreten Token ihr habt, er hat den gleichen Wert wie der Token eines beliebig anderen Inhabers. So funktioniert auch Geld. Welchen konkreten 10-Euro-Schein du verwendest ist egal, du kannst auch zwei 5-Euro-Scheine oder 5-2-Euro-Münzen oder eine beliebige Kombination verwenden. Die Mittel, in diesem Falle die Zahlungsmittel, sind austauschbar. Bei den NFTs ist genau das nicht der Fall. Non-Fungible, also nicht austauschbare Token, repräsentieren einen ganz konkreten Vermögenswert und sind damit einzigartig. Lediglich die Technik der Speicherung auf der Blockchain haben sie mit den Währungstoken gemeinsam. NFTs eignen sich damit ideal für Vermögenswerte, von denen es nur eines oder wenige gibt. Das sind derzeit etwa digitale Sammlerkarten, Spielcharaktere, virtuelle Landstriche in virtuellen Welten oder die sogenannte Kryptokunst. Es könnten aber auch Personalausweise, Impfpässe oder andere wichtige Dokumente über die Blockchain gespeichert und gesichert werden. Und früher waren es Auktionshäuser, die darüber entschieden haben, wie wertvoll ein Kunstwerk war und jetzt entscheidet das die Blockchain. Die Nutzer, der freie Markt, entscheidet, wie wertvoll das NFT von LeBron James ist. Die Frage ist, wenn du dein Geld in NFTs investierst, welche von denen behalten ihren Wert? Denn nicht alle werden gleich hergestellt. Der Trick ist also, die zu finden, die im Wert über die Zeit steigen. Doch dazu müssen wir im Grunde genommen noch verstehen, wie NFTs erschaffen werden. Und sehr einfach dargestellt nutzen die Leute beispielsweise Ethereum, Cardano oder Polkadot. Sie nutzen dann noch einen Smart Contract, um ihre eigene Währung zu erschaffen, die immer noch auf Ethereum, Cardano oder Polkadot basiert. Und ab diesem Punkt verbinden sie das dann mit der digitalen Kunst und dann können die Menschen es kaufen, verkaufen oder auch wieder zurücktauschen. Seiten, wo du NFTs kaufen und verkaufen kannst, sind beispielsweise OpenSea, Rarables, Foundation oder Mintable. Und wenn du beispielsweise NFTs kaufen möchtest, kannst du das über die Wallet Metamask machen, welche du dann zum Beispiel für die NFT-Handelsplattformen brauchst. Auf der Webseite Metamask kannst du dir die Kryptowallet herunterladen, installieren, dich anmelden und dann Ethereum dort einzahlen. Denn die meisten Künstler wollen für ihre NFTs in Ethereum bezahlt werden. Und der Grund, warum NFTs über Wert verfügen ist, weil sie selten sind. Und die Menschen es haben wollen. Daher stellen sich viele die Frage, wenn NFTs digital sind, kann dann der Ersteller der NFTs nicht mehrere NFTs erschaffen? Und dazu gibt es zwei Antworten. Zunächst einmal kann der Ersteller des NFTs nicht mehrere davon erschaffen, da es genauso wie bei Bitcoin ein limitiertes Angebot gibt. Denn sobald das NFT sich auf der Blockchain befindet, können die Regeln nicht mehr verändert werden. Doch was der Ersteller des NFTs hingegen machen kann, ist, Variationen davon zu erstellen. Also Variationen des NFTs. Beispielsweise ein anderes Datum, zu dem das NFT veröffentlicht wurde und so weiter. Und auch wenn dann das Kunstwerk auf den ersten Blick identisch aussieht, unterscheiden sich diese dann durch die kleinen Details. Wie beispielsweise bei der Erstausgabe eines Buches und der 20. Auflage. Genauso wie bei bestimmten Münzen. Obwohl sie über den gleichen Wert verfügen, kosten einige mehr als andere. Beispielsweise, weil sie ein unterschiedliches Datum haben oder eine unterschiedliche Prägung. Es wird aber niemals das gleiche sein. Der zweite Grund, warum diese NFTs so wertvoll sind, ist, dass die Ersteller der NFTs diese Token häufig beispielsweise mit physischen Vermögenswerten verbinden. Die Frage ist, lohnt es sich, dass wir unser Geld in NFTs investieren? Oder werden nur die Ersteller der NFTs reich? Und das hängt definitiv davon ab, was du kaufst. Und da spielen unterschiedliche Faktoren mit rein. Die Person, dessen NFT du kaufst, sollte berühmt bzw. bekannt oder einer Marke sein. Dann wird es vermutlich entscheidend sein, welches das erste NFT-Kunstwerk von dieser Person ist. Und dann auch, dass es selten ist. Eines ist Fakt. NFTs werden die kompletten Branchen wie beispielsweise Sport, Kunst und Musik total verändern. Und nicht nur für die Leute, die das sammeln, sondern auch für die Künstler selbst. Das heißt, in der Zukunft könnten Künstler oder Sportler in ihren Verträgen die Rechte beispielsweise zu den Aufnahmen bekommen, wo sie zu sehen sind. Und daraus dann NFTs erstellen und diese dann verkaufen. Und was wir gerade sehen, ist definitiv erst der Anfang in diesem Bereich. Und vor kurzem konnten wir sehen, wie das NFT von Beeple für 69 Millionen Dollar an Meta Coven verkauft wurde, der auch in MetaPers investiert hatte. Und MetaPers bezeichnet sich selbst als Krypto-exklusiver Fonds, der sich auf die Identifizierung von Frühphasenprojekten in den Bereichen Blockchain, Infrastruktur, Finanzen, Kunst, einzigartige Sammlerstücke und virtuelles Vermögen spezialisiert hat. Und was interessant ist, dass MetaPers den Fonds genommen hat und es der Öffentlichkeit ermöglicht hat, Bruchteile davon zu erwerben. Und das erste Experiment von MetaPers war das B20-Projekt mit einer maximalen Versorgung von 10 Millionen Token. Und mit jedem B20-Token kann man einen Bruchteil daran erwerben, in was der Fonds sein Geld investiert. Und von den 10 Millionen Token sind 50%, also 5 Millionen für MetaPers bzw. Meta Coven, 25% bzw. 2,5 Millionen sind für die Öffentlichkeit zum Handeln und die restlichen 25% bzw. 2,5 Millionen sind für die Familie und Freunde reserviert. Und von diesen wurden 2% an den Künstler Beeple abgegeben. Und interessant an der ganzen Sache ist, dass die Kryptowährung B20 seit Mitte Februar von 1,73 Euro bis auf 28 Euro zum Höchststand angestiegen ist. Das heißt, selbst durch das Geld, das MetaPers bzw. MetaCoven für die Kunst ausgegeben haben, konnten sie durch die Beteiligung der Öffentlichkeit noch viel mehr Geld verdienen. Und das ist nicht das erste Mal, dass MetaCoven das getan hatte. Er hatte bereits im Januar 20 Bilder für 20 Millionen US-Dollar gekauft. Er fraktionierte diese dann einfach später. Und der Grund, warum die NFTs spannend sind, ist, dass es vermutlich nicht nur ein Hype sein wird, sondern wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit erkennen, dass wir eine Technologie nutzen können, wo wir nicht die Kontrolle an irgendwelche Unternehmen abgeben müssen, die hinter verschlossenen Türen irgendwelche Dinge für uns entscheiden, die letztlich entscheiden, wer mitspielen kann und wer nicht. Jetzt haben wir durch Kryptowährungen, durch die Technologie die Möglichkeit, dass wir die Kontrolle über unsere Vermögenswerte haben, über uns haben und dadurch natürlich auch darüber, wie wir uns ausdrücken wollen. Wir brauchen keinen Mittelsmann mehr. Wir müssen niemanden mehr und mehr Geld geben. Und trotzdem weiß niemand, ob die NFTs in der Zukunft an Wert gewinnen oder überhaupt ihren Wert beibehalten und daher ist es wichtig, dass du darauf achtest, wo du dein Geld investierst und dich zuvor entsprechend informierst. Zumindest ist eines Fakt. In Zeiten wie diesen helfen NFTs Künstlern dabei Geld zu verdienen, passives Einkommen zu verdienen, ein passives Einkommen aufzubauen oder an den Lizenzgebühren zu verdienen. Denn wenn du von einem Künstler einen NFT kaufst und diesen dann an jemand anderen weiterverkaufst, dann erhält der Künstler trotzdem noch Lizenzgebühren. Und dadurch kannst du immer deinen bevorzugten Künstler unterstützen. Dazu kommt, dass NFTs es Menschen erlauben, wertvolle Artikel oder Gegenstände aus Spielen zu handeln und es erlaubt Menschen, ein physisches Objekt in ein digitales Kunstwerk zu verwandeln. In das man dann investieren und das man 24-7 handeln kann. Und die, die durch NFTs richtig reich werden, sind nicht die, die damit handeln, sondern die, die die Spielwiese erschaffen. Genauso wie zu Zeiten des Goldrausches. Die Leute, die damals viel Geld verdient haben, waren die, die die Schaufeln an die Goldgräber verkauft hatten. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt denkst, dass du den Anschluss bei NFTs Cardano oder Polkadot verpasst hast, dann ist das, was wir noch erleben werden, bisher gar nichts dagegen. Denn die Altcoins-Jahreszeit kann nochmal alles drastisch verändern. Doch eines musst dir bewusst sein. Auch wenn wir vermutlich noch einen drastischen Anstieg sehen werden, dann würde ich bei vielen Altcoins nicht kaufen und halten machen. Fakt ist, wir befinden uns noch nicht in der richtigen Jahreszeit für die Altcoins. Auch wenn viele sagen, dass jetzt schon die Altcoins-Season ist, Bitcoin befindet sich immer noch in den Top 50 der besten Kryptowährungen der letzten 90 Tage. Mach es im Endeffekt wie Mark Cuban, der über Bitcoin, NFTs und vermutlich auch andere Kryptowährungen dachte, dass Bananen nützlicher wären als Kryptowährungen. Investiere in deine finanzielle Bildung und finde heraus, wie du damit Geld verdienen kannst. Denn eines ist Fakt. Das wird so weitergehen. Das Geld, was sie drucken, wird in Vermögenswerte fließen wie Aktien und jetzt auch immer mehr und mehr in Kryptowährungen oder NFTs. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass Kryptowährungen die Zukunft sind? Würdest du in NFTs bzw. Kryptowährungen investieren? Oder ist das deiner Meinung nach nur ein Hype wie während der Tulpenmanie und wir werden alle schon bald aufwachen und sehen, wie alles zusammenbricht? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, gib dem Video, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und schau dir jetzt das nächste Video an. Wir sehen uns im nächsten Video, bis gleich.